Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Nummer 6. So, hier war, ich glaube hier müsste das letzte Abzeichen sein. Irgendwo beim Wassern. Ja. Gut, damit hätten wir auch hier alle. Kriegen natürlich wieder Motion zurück, ist ja schön. Gut, ich glaube die meisten von den Abzeichen, also wahrscheinlich nicht alle. Ja, das finde ich wirklich gar nicht so schlecht. Ihr habt schon genug dumme Entscheidungen getroffen. Das war mal ein von den sinnvolleren. Allerdings sagt halt auch keiner was von euch, ne? Gut, dann sind wir jetzt hier oben. Ei. Zombies tröster, bei dem Ding hier trittst du daneben. Gut, da können wir uns ja durchquetschen. Okay. Debra! 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 Okay, enough with the mystery. What the hell is going on here? Let's just get her out of here. And then I'll tell you everything. I promise. Hang in there, Sis. Mmh. We can't go back. The only way out now is down. Aber ja, dann lass uns mal los. Ich will gerade was laufen sehen. Nee. Ah, endlich. Ich hab da jetzt keinen Platz mehr für das Kraut. Okay. Dann kommst du das natürlich mal weg. So. Das lagern wir dann mal ein. Dann schauen wir wieder Platz. Und, äh, Möglichkeiten Leben zu regenerieren. Oh, oh, oh. Und, äh. Oooh. Zack, so Überraschungsangriff Ich glaube, wir haben die Schüsse sparen können Ah, wir kriegen wieder welche Du hast ein bisschen früh geschrien, ne? Mist Okay, das hat ihn wirklich erlegt Cool Auf Wiedersehen Oh, du lebst noch So, zwei Zombies mit einer Klappe, ungefähr So Einmal sterben, bitte So, dann kannst du dich, glaube ich, erstmal ein bisschen erholen, wie das aussieht Jawohl War ja doch alles sehr anstrengend gerade Die Ausdauerleiste wieder ein bisschen Fühlen Du hast jetzt gerade nummerweise unsere Ecke, äh, geguckt Ja, sind wir halt doch ein bisschen zu weit unter der Erde Ah, Munition wäre mir tatsächlich lieber Das sind echt die gleichen Dinger wie, äh, beim fünften Teil Die gleichen Mülldinger Da ist Munition, sehr gut Hm, auch nett Ein Spucker Und schön Na gut, weiter geht's nach unten Du rennst schon mal vor Debra 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 Just hold on, we're almost there Debra, stay with me, alright? No, 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 this can't be happening Johannes No, 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 no Debra 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 Ada! Du hast gesehen, dass du einen Gehirn gesehen hast. Ada, was ist hier passiert? Es ist kompliziert. Aber das ist nicht die Zeit, oder die Zeit. Es ist nicht die Zeit, oder die Zeit, oder die Zeit. Ich glaub wir sollten laufen. Naja, das ist ganz nett. Es kriegt die Zombies. Ein bisschen Blatt da hinten. Okay. Dann werfen wir dich mal. Verlobungsring, wie schön. So, mehr Munition, sehr gut. Oh ja, das sieht gut aus. Helena kommt, glaub ich, auch ganz gut voran. Dankeschön. Okay. Da geht's. Watch out, you two. She's strong. Watch out for yourself. Oh, Zombies. Oh, Zombies. So, du bist jetzt hier gerade rumlaufen. Au. Kann mir mal jemand helfen? Bitte? Ich glaube ja nicht, ne? Oh ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch klappt. Oh ja. Hi. Owl. Mhm. Wird wohl echt Zeit, hier Dings zu nehmen. Shotgun. Mami. Wie? Wie? Ja, gut. Ich müsste halt auswählen. Das liegt halt auf den Tasten, den ich nicht so gut erwischen kann hier. Oh. 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 Lot. Oh. Oh. Oh, boah. Oh. 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 Seid ihr zwei, sie ist stark! Seid ihr euch! So, schon bis hier unten. Schauen wir mal, ah, wir können gar nicht weiter, sehe ich gerade, okay. Autsch! Schon geht halt wieder meine ganze Energie hier fliegen. Debra! Ein Hummer? Einen haben wir? Ich bin echt! Oh! So! Ich würde ganz gerne mal weg! Ich brauche halt auch mal... ...das, wo ich drauf zielen kann in meine Lieder. Das bringt leider nix! Wir haben aber auch nur noch eine. Ja? Ja? Wie das aussieht. Ja! 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 Wie sieht's aus? Wir haben wieder Munition. Sehr gut! Gut! Das Spiel ist mir gerade viel zu hektisch! Gut! Gut! Nächste Folge kriegen wir's hin! Hoffe ich! Bis dahin! Ich bedanke mich fürs Zuschauen! Auf jeden Spaß! Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei! Und bis dann! Macht's gut! Und tschau tschau! Und ich seh's schon kommen! Das wird... Ich werd ne unglaublich schlechte Wertung hier kriegen! Aber meine Güte ist das hektisch hier! Und stressig!